Was ist bei epileptischen Anfällen? Bei epileptischen Anfällen kommt es zu einer Entladung von Gehirnzellen. Man muss sich das so vorstellen, das Gehirn hat etwa 80 Milliarden Gehirnzellen, die alle miteinander in Kontakt unter Spannung sind. Und wenn ein Kurzschluss in den Gehirnzellen entsteht, man kann auch sagen ein Gewitter im Gehirn, dann ist genau in dieser Region passiert der epileptische Anfall. Was können im Gehirn alle areale epileptische Anfälle auslösen? Prinzipiell können im Gehirn alle areale epileptische Anfälle auslösen. Alles, was das Gehirn kann, das ist jetzt riechen, schmecken, hören, sehen, das funktioniert ja alles im Gehirn. Und wenn diese Zellverbände sich elektrisch entladen, dann sprechen wir von einem epileptischen Anfall. Das kann eine Geruchsmissempfindung sein, das kann eine Halluzination sein, eine Geschmacksmissempfindung. Das können alles epileptische Anfälle sein, und die in den unterschiedlichen Regionen im Gehirn entstehen. Am häufigsten sind Anfälle aus dem Schläfenlappen. Prinzipiell nicht. Nur wenn man epileptische Anfälle unbehandeln lässt, dann kann es zum Beispiel auf die Dauer hin dann zu Gedächtnisstörungen kommen. Aber kein Schaden, den man sieht, aber ein Schaden, den man messen kann, wenn man Gedächtnistests macht. kann man jedes Mal aus dem richtigen Anfälle ist, noch nicht haunted.